Und hier können wir dann immer wieder 46,64 Euro mit diesem einfachen und genialen YouTube- und Google-Trick verdienen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um einen extrem genialen Google-Plus-YouTube-Trick zum Online-Geldverdienen. Ziel ist es mit diesem Trick immer wieder über 46 Euro zu verdienen, das Ganze als Anfänger und ohne Startkapital. Das Ganze ist eine komplette Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Geldverdienen im Internet für Anfänger und ihr könnt die Schritte einfach eins zu eins nachmachen. Gebt gerne einen Daumen hoch für einen zweiten Teil und dann starten wir auch direkt schon durch. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer noch die neuesten und besten Methoden im Bereich Online-Geldverdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Online-Gelds verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst gerne weitere Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Heute geht es eben um einen YouTube-Plus-Google-Trick, mit dem man jetzt eben richtig gut Geld verdienen kann. Wie gesagt, gib gerne einen Daumen hoch für einen zweiten Teil und schreib gerne weitere Video-Ideen in die Kommentare. Ich schaue mir alles an und dann würde ich mal sagen, geht es auch direkt schon los mit Schritt Nummer 1. So, und zwar als erstes gehen wir natürlich auf YouTube und hier geben wir oben jetzt einmal mysteriöse Videos ein. Und hier klicken wir jetzt einmal auf Suchen und jetzt werden uns natürlich schon zahlreiche, sehr, sehr mysteriöse Videos angezeigt. Und was wir auch direkt sehen, diese Videos sind wirklich extrem aufrufstark. Das heißt hier 1,9 Millionen Aufrufe, fast 2 Millionen Aufrufe. Das ist wirklich natürlich absolut genial. Und jetzt werden wir eine wichtige Sache einstellen und zwar wir klicken hier auf die Filter. So, und hier klicken wir jetzt auf die Eigenschaften und hier auf Creative Comments. Das ist eben ganz wichtig, denn das zeigt eben an, dass wir die Videos, die dann auftauchen, nutzen dürfen. Wofür genau und für welchen Trick, das werdet ihr euch gleich zeigen. Das heißt, wir klicken jetzt hier mal rauf und jetzt werden uns hier ganz viele interessante Videos angezeigt. Zum Beispiel hier mysteriöse Geister-Videos und jetzt können wir mal Folgendes machen. Und zwar, wir können jetzt hier einmal raufklicken und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir jetzt auch schon die mysteriösen Geister-Videos und hier klicken wir jetzt einmal auf Teilen und können dann hier diesen Link hier einfach mal kopieren. Jetzt gehen wir zu Google und geben hier einfach mal Thumbnail Grabber ein und dann öffnet sich schon diese Seite hier, YouTube Thumbnail Grabber. Habe ich schon vorbereitet und hier sehen wir jetzt Folgendes. Und zwar hier können wir jetzt einfach oben die Video-URL einfügen. Das heißt hier eben den Link einfügen vom YouTube-Video. Und jetzt sehen wir schon Folgendes und zwar hier sehen wir dann auch schon das Thumbnail beziehungsweise das Vorschaubild von dem Video und das können wir jetzt hier einmal eben speichern und dann sehen wir uns gleich im nächsten Schritt wieder. So, jetzt gehen wir hier auf die Website Canva und hier geben wir jetzt einfach mal oben ein beziehungsweise klicken hier auf Design erstellen und können dann hier mal eben sowas wie YouTube Thumbnail eingeben und dann können wir auch schon Folgendes machen. Und zwar wir haben dann hier schon verschiedene Vorlagen, die wir verwenden können. So, und wenn wir hier jetzt mal ein bisschen runter gehen, dann sehen wir hier schon zum Beispiel eine perfekte Vorlage, die genau zu unserem Thema passt. Das heißt hier mysteriöse Videos, hier in diesem Video, in diesem Fall ein Horror-Game. Das heißt hier können wir jetzt einfach mal raufklicken und jetzt hier diese Vorlage nochmal anpassen. Und jetzt wird es eben sehr, sehr wichtig, deswegen passt jetzt genau auf. Das heißt, das Ganze lädt jetzt kurz und hier haben wir jetzt schon Folgendes und zwar diesen Kollegen hier, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das heißt, hier können wir das Ganze einfach löschen. Zack, und jetzt können wir Folgendes machen und zwar jetzt können wir hier einfach mal unser Bild, was wir eben runtergeladen haben, einfügen. So, hier haben wir jetzt auch schon unser Bild eingefügt. Das können wir jetzt natürlich einmal großziehen hier. Zack, so, das Ganze soll natürlich über den gesamten Bildschirm gehen beziehungsweise hier die Schrift, die kann natürlich noch ein bisschen weg. Zack, so, hier können wir das Ganze jetzt rüberziehen. So, und jetzt wird es wirklich extrem interessant. Natürlich, ihr könnt den Hintergrund gestalten, wie ihr wollt. Natürlich sollte das Ganze ein bisschen hier zu dem Thema passen. Das heißt, die Farben sind jetzt hier ja schwarz-rot beziehungsweise eben auch noch grau und weiß. So, und zwar als erstes habe ich natürlich hier erstmal die Schrift kleiner gemacht, weil es natürlich hier so sein soll, dass der Pfeil zu sehen ist. Aber wir werden das gleich eh nochmal umändern. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem nächsten Schritt. Und jetzt kommt das erste Mal Google ins Spiel. Ja, jetzt gehen wir hier auf Google und geben hier einmal Google Sites ein. Und hier können wir jetzt Folgendes machen. Zwar, wir können hier auf Google Sites klicken. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. Und zwar hier können wir jetzt eine neue Website beziehungsweise eine leere Website anlegen. So, und hier sehen wir jetzt unsere neue Website. Hier können wir jetzt das Ganze einmal löschen einfach beziehungsweise so einstellen, wie wir es haben wollen. Das heißt hier, ich zeige es mal ganz kurz, diesen kompletten oberen Bereich können wir jetzt einfach löschen. So, und jetzt ist diese Website quasi komplett leer. Und jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Und zwar hier können wir jetzt auf der linken Seite eben ein Textfeld einfügen. Das heißt, hier haben wir jetzt eben ein Textfeld. Und jetzt schreiben wir da folgendes rein. Und zwar hier können wir eben klicken, um den Text zu bearbeiten. Das heißt, hier können wir jetzt alles Mögliche reinschreiben. Aber was wir jetzt genau da reinschreiben, zeige ich euch jetzt. Und zwar gehen wir jetzt zurück zu unserem YouTube-Video. Und hier haben wir ja den Titel gehabt, Mysteriöse Geistervideos. Der ist aber ein bisschen kurz. Und wichtig ist jetzt, hier sehen wir schon, das sind fünf Stück. Das heißt, wir starten ja mit Nummer 5 und dann Video Nummer 4, Video Nummer 3 und so weiter und so fort. Und hier können wir jetzt eben diesen Titel einfach mal kopieren. Und dann eben auf unserer neuen Google-Seite einfügen. So, das heißt, hier fügen wir jetzt das einfach ein. Zack, Geistervideos. Und hier fügen wir jetzt ein. Fünf mysteriöse Geistervideos, die dir den Atem rauben werden. Ganz einfach, damit es eben sehr, sehr spannend wirkt. So, hier können wir jetzt natürlich nochmal die Schriftart anpassen. Das heißt, hier können wir zum Beispiel diese hier wählen. Beziehungsweise müssen wir es natürlich vorher einmal auswählen. Zack, zack, zack. Zack, hier zum Beispiel diese hier, ist jetzt nicht so gut lesbar. Aber einfach eine Schriftart wählen, die euch natürlich gefällt und die natürlich auch gut lesbar ist. Das geht dann schon. Und natürlich sollte das Ganze noch ein bisschen größer sein. Hier zum Beispiel so groß. Und natürlich sollte es auch passend sein hier. Das heißt, hier mittig ausrichten. So, jetzt sieht es doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und wie es jetzt weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, jetzt gehen wir hier zurück zu Canva und geben wir jetzt mal Folgendes ein. Und zwar hier, es ist ja kein Spiel, sondern einfach nur ein Video. Deswegen geben wir einfach mal hier fünf Geister. Zum Beispiel auf Video. Geben wir das Ganze ein hier. Fünf Geister auf Video. So. Jetzt natürlich die Schrift hier ein bisschen größer, dass es passt. Zack, zack, zack. Und dann können wir das Ganze hier schon ganz einfach downloaden. So, jetzt gehen wir zurück zu Google Sites und fügen hier eben ein Bild ein. Das heißt, hier laden wir ein Bild hoch. Genau das, was wir eben ausgewählt haben. So, hier haben wir jetzt auch schon unser Bild. Und das können wir jetzt hier beliebig verschieben. Verschieben natürlich erstmal in die Mitte hier und dann natürlich nochmal ein bisschen so rüber und dann auch natürlich hier nochmal vergrößern, damit es auch eben genau passt. Zack, zack, zack. Noch ein bisschen weiter nach oben. So, und jetzt ist es eben perfekt passend. Sehen wir hier auch schon. Das ist perfekt auf den Text abgestimmt. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Jetzt gehen wir hier wieder rechts auf Einfügen und fügen ein neues Textfeld ein. Das soll aber nicht nach oben, sondern das soll hier unter das Video. Hier haben wir jetzt unseren Text und den werden wir jetzt hier einmal einfügen. Das heißt, hier werden wir jetzt folgendes machen. Und zwar, wir werden jetzt erstmal hier ein paar Pfeile hinzufügen. Und dann hier fügen wir jetzt folgendes ein. Und zwar, ganz wichtig, 18 plus. Groß. Warum? Weil das eben zeigt, dass es eben ein besonders gruseliges, besonders interessantes Video ist. Und wir kennen es doch alle. Wir wollen immer auf, ja, wirklich spannende Videos klicken, damit es eben so interessant wie möglich ist. Und dann schreiben wir folgendes hin. Und zwar, klicke hier, beziehungsweise dieses hier muss dann auch komplett groß, um das komplette Video zu sehen. So, und jetzt werden wir folgendes machen. Hier noch ein Ausrufezeichen hin und das Ganze natürlich wieder mittig ausrichten. Jetzt werden wir das Ganze hier natürlich nochmal schön fett machen und natürlich nochmal schön vergrößern, dass das Ganze auch richtig gut aussieht. Und jetzt wird es wirklich richtig interessant. Und zwar, jetzt gehen wir auf die Website cpagrip.com. Übrigens, wenn euch dieses Video bis hierhin gefällt, dann gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch, wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn ich irgendwie zu schnell rede oder wenn ihr gut mitkommt. Das würde mich mal interessieren. Hier können wir uns jetzt kostenfrei registrieren. Und zwar hier klicken wir drauf und können dann hier eben kostenlos einen neuen Account erstellen. Wichtig ist, ich werde das Ganze kurz übersetzen, dass ihr es eben besser sehen könnt. Hier könnt ihr jetzt eben ganz normal einen Account bei der Plattform cpa-grip eben anlegen, weil hiermit können wir dann auch Geld verdienen. Das heißt, hier ganz normal das Ganze eingeben. Und ja, hier haben einige gefragt, ja, was ist hier mit Skype? Hier könnt ihr einfach irgendwas eingeben. Ihr müsst nicht unbedingt Skype haben. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, hier können wir jetzt das Ganze eben nochmal auswählen und jetzt registrieren klicken. Da habt ihr auch schon euer Konto. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch dann. So, ich habe jetzt hier mal einen neuen Beispiel-Account angelegt und hier wird es jetzt sehr, sehr wichtig. Und zwar hier müssen wir jetzt einmal unsere Zahlungsmethode festlegen. Das heißt, hier sehen wir auch, wenn die Zahlungsmethode noch nicht festgelegt ist, dann ist hier eben dieses Warn-Dreieck. So sieht das im Original aus. Ich habe die Seite natürlich wieder hier auf Deutsch übersetzt. Das heißt, hier gehen wir dann auf das Payment-Center drauf und geben dann hier unsere Zahlungsinfos ein. So, und hier sehen wir das Ganze auch schon. Und hier bekommt man immer wieder eine Mindestauszahlung von 50 Dollar. Wie viel das in Euro ist, das schauen wir uns gleich einmal an. Und hier wird es jetzt wichtig. Und zwar hier müssen wir jetzt unser Bezahlverfahren wählen, worüber wir eben bezahlt werden wollen. Das ist eben ganz entscheidend, weil wenn wir das nicht einstellen, bekommen wir eben auch kein Geld, dann war alles umsonst. Das heißt, hier wählen wir jetzt eine Zahlungsmethode aus und ich würde immer natürlich Paypal wählen. Zum Beispiel hier, diese Option hier geht sowieso nur in den USA. Also hier Paypal geht natürlich auch weltweit, natürlich dementsprechend auch in Deutschland, Österreich, Schweiz und Co. Das heißt, hier wählen wir dann einmal Paypal aus und hier müssen wir dann die Paypal-E-Mail eingeben und dann hier die Zahlungseinstellung speichern. Das ist wirklich ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel dann eben diese 50 Dollar sind. So, hier sehen wir das Ganze auch schon. Und zwar, hier haben wir eben den Kursgrad und zwar 1 US-Dollar entspricht eben 0,93 Euro bzw. 93 Cent. Dementsprechend haben wir hier bei 50 Dollar eben jedes Mal eine Auszahlung von 46 Euro und 64 Cent. Deswegen auch der Titel dieses Videos. Und wie gesagt, das ist die Mindestauszahlung. Man kann auch natürlich deutlich, deutlich mehr verdienen. Und wie wir das Ganze jetzt machen können, zeige ich euch jetzt. So, hier klicken wir jetzt eben auf den Punkt Monetization Tools und hier jetzt auf URL bzw. File Lockers und hier können wir jetzt einen neuen Link bzw. eine neue URL, was im Prinzip ein Link ist, erstellen. So, und jetzt klicken wir auf Create New URL Locker drauf. Hier, zack. Und hier müssen wir das Ganze einmal auswählen und hier eben dann unten auf Weiter klicken. Und zwar hier wird es jetzt sehr, sehr wichtig, deswegen jetzt genau aufpassen. Es sieht jetzt vielleicht kompliziert aus, aber ist es nicht wirklich. Ich übersetze das Ganze kurz, damit ihr es besser verstehen könnt. Und zwar hier klicken wir jetzt auf die Vorlagen drauf. Das heißt, hier haben wir Vorlagen und hier sehen wir jetzt so ein klassisches Bild. Hier eben die Verifizierung, dass man eben ein Mensch ist. Das kennt ihr von zahlreichen Seiten. Das ist eben ein Bild. Da muss man eben einmal klicken, um zu bestätigen, dass man kein Roboter ist. Und hier so eine Seite können wir jetzt hier eben einmal selbst erstellen. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, jetzt klicken wir hier eben auf Allgemein bzw. im Englischen würde da dann General stehen. Und hier werden wir jetzt folgendes hinschreiben. Füllen Sie das Capture unten aus. Nicht um fortzufahren, sondern um das Video zu sehen. Und jetzt machen wir nochmal folgendes. Und zwar hier schreiben wir jetzt nochmal folgendes hin. Und zwar natürlich wieder in Klammern. 18 plus, damit es eben besonders spannend und interessant wirkt. So, und jetzt könnt ihr sehen, hier unten steht es noch nach Abschluss, wird diese Ressource freigeschaltet. Und hier schreiben wir gleich hin, diese Ressource, sondern einfach das Video. So, und jetzt haben wir hier schon eine richtig gute Seite. Und zwar hier ist eine ganz klassische Seite. Kennt ihr, wie gesagt, von allen möglichen anderen Portalen auch. Und hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. So, und jetzt gehen wir hier wieder auf unser Geister-Video und können hier einmal aufteilen klicken und können dann hier wieder unseren Link kopieren. Und den fügen wir jetzt einfach bei der Seite ein. Und zwar dazu gehen wir hier auf den Punkt gesperrte URL bzw. bei euch wird es natürlich dann auf Englisch so aussehen. Hier sind hier Logged URL und hier fügen wir jetzt den Link einmal ein. Und dann können wir das Ganze hier einfach sichern bzw. speichern. So, jetzt können wir hier auf Get Links klicken und jetzt haben wir hier auch schon unseren Link, den wir hier eben ganz einfach kopieren können. Und wo wir den jetzt einfügen, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar sind wir jetzt hier wieder zurück bei Google Sites und hier können wir jetzt eben das einmal auswählen und hier fügen wir jetzt hier einmal einen Link ein. Und das ist eben genau der Link, den wir eben erstellt haben. Zack und jetzt hier auf Anwenden klicken. Und jetzt wird es eben sehr, sehr wichtig. Und zwar hier können wir jetzt einmal nochmal das Ganze auswählen und die Farbe nochmal ein bisschen anpassen. Das heißt hier Blau oder Dunkelblau, so dass es eben aussieht wie ein, okay, das ist jetzt noch nicht so zufriedenstellend. Hier können wir jetzt eben das Ganze nochmal, ja, ich würde sagen Blau machen bzw. dieses Blau ist auch noch nicht perfekt. Ich würde dieses Blau wählen. Das ist eben das klassische Blau von einem Link. Und jetzt haben wir hier auch schon eine richtig gute Seite erstellt. So, ich habe gerade gesehen, hier ist noch das L groß. Das müssen wir natürlich noch kurz umändern. Zack, klicke hier. Jetzt passt es eben auch. Und jetzt machen wir folgendes. Und zwar jetzt klicken wir hier oben rechts auf Veröffentlichen drauf. Und hier können wir jetzt einfach nochmal den Titel eingeben. Und zwar hier zum Beispiel Geister Video. So, und jetzt können wir das Ganze auch schon veröffentlichen. So, jetzt werden wir das Ganze einmal uns anschauen. Und dann haben wir ja auch schon unsere Seite. Das heißt hier unten können wir jetzt einmal auf Ansehen klicken. Ihre Seite wurde veröffentlicht. Und hier werden wir uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze aussieht. So, und jetzt haben wir hier das Ganze auch schon. So, fünf mysteriöse Geister, die eben, die dir den Atem rauben werden. Und hier können wir jetzt draufklicken und dann unser Video sehen. Und hier sehen wir jetzt auch, so sieht hier die Seite aus. Und ja, was jetzt eben interessant wird, jedes Mal, wenn dann eben Leute auf die Seite gehen und hier einmal draufklicken, dann müssen sie eben das Ganze bestätigen, dass sie kein Roboter sind. Das kennt ihr ja schon. Und dann verdient ihr jedes Mal Geld. Und wie wir das jetzt machen können, dazu werde ich euch jetzt einen extrem spannenden Trick zeigen. Bevor ich euch das Ganze gleich zeige, nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und zwar, wir haben eine neue Website, ki-geld.com. Habe ich euch in der Videobeschreibung auch verlinkt. Dort könnt ihr ganz genau lernen, wie ihr 2023 eine künstliche Intelligenz für euch arbeiten lassen könnt. Und eben mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz ohne Erfahrung, ohne Startkapital und ohne Risiko online Geld verdienen könnt. Ihr könnt das Ganze hier in über 50 Videos, die wir auf YouTube gar nicht zeigen, ganz genau lernen. Den Link dazu in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Ganze auch schon für 0 Euro testen. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Jetzt kommt eben ein Trick ins Spiel. Und zwar hier gehen wir jetzt wieder zurück zu Canva, zu unserem Video. Hier und hier werden wir jetzt mal ein Textfeld hinzufügen. Zum Beispiel hier eine Überschrift oder eine Zwischenüberschrift. Wir können jetzt mal eine Überschrift wählen. Und jetzt müssen wir unbedingt hier so etwas wie 18 Plus hinschreiben, damit es eben sehr, sehr spannend wirkt. So, hier werden wir das Ganze jetzt einfügen. Und hier können wir jetzt Folgendes machen. Und zwar hier natürlich einmal noch die Schriftart verändern. Zum Beispiel hier, das ist ja unsere Schriftart sowieso von dem Video. Hier dann eben 18 Plus. Und ja, was wir jetzt machen können, das sieht jetzt nicht so wirklich gut aus. Die 18 muss wirklich eben sehr, sehr gut zu lesen sein. Das heißt zum Beispiel so. Ja, so, das passt auf jeden Fall. Und jetzt können wir Folgendes machen. Und zwar hier können wir jetzt das Ganze größer ziehen. Das soll natürlich so groß wie möglich sein. Das muss jetzt so gut wie möglich aussehen. Das heißt, hier können wir jetzt die Schriftart bzw. nehme ich mal die Textfarbe nochmal verändern. Hier zum Beispiel rot das Ganze machen. So rot, aber das hebt sich jetzt nicht wirklich vom Hintergrund ab. Deswegen würde ich es doch lieber weiß oder hell machen. Hier zum Beispiel grau ist jetzt auch, ja, ist noch nicht ganz so optimal. Das heißt, hier können wir jetzt raufklicken und die Farbe nochmal wirklich anpassen. Das heißt, hier ganz in die Ecke ziehen. Jetzt ist es wirklich richtig knallweiß. Und hier sieht man das Ganze jetzt schon und hier muss es jetzt wirklich nochmal richtig schön groß, damit das wirklich auch im Fokus ist. Und jetzt können wir das Ganze sogar nochmal hier genauer auswählen und dann eben zum Beispiel ein bisschen drehen, damit es eben besser ins Auge fällt. So, es geht hier nur eben um Aufmerksamkeit. Und hier können wir jetzt das Ganze nochmal ein bisschen größer machen. Und jetzt können wir das Ganze hier wirklich nochmal downloaden. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. Jetzt gehen wir zu YouTube und gehen hier oben auf das Plus. Und hier können wir jetzt auf Erstellen klicken und hier jetzt einen Livestream starten. Keine Angst, ihr müsst jetzt selbst keinen Livestream direkt durchführen, sondern jetzt kommt eben ein weiterer sehr, sehr spannender Trick ins Spiel, mit dem man eben dann Geld verdienen kann. Und zwar hier können wir jetzt hier eben das Livestream YouTube Studio aufsuchen. Wichtig ist, ihr müsst, um das machen zu können, euren YouTube Account bzw. Google Account einmal verifizieren. Das dauert knapp 24 Stunden, mal länger, mal kürzer. Und dann könnt ihr hier auf zukünftiges Datum klicken. Das heißt, hier klicken wir dann auf Start und können dann hier eben das Ganze starten, indem wir hier einmal auf OK drücken. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch jetzt. So, dann klicken wir hier entweder auf Integrated Webcam oder auf Streaming Software. Spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und jetzt klicken wir jetzt hier einfach mal auf OK. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Schritt wieder. Das heißt, hier können wir jetzt einfach raufklicken und dann folgendes eingeben. Und zwar, das Ganze ist jetzt ziemlich ähnlich wie bei einem normalen YouTube Video. Das heißt, hier geben wir jetzt den Titel ein und die Videobeschreibung. Und was ihr jetzt beachten müsst, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und zwar hier gehen wir jetzt zurück zu unserer Google-Site-Seite. Und hier kopieren wir jetzt einfach nur unseren Titel. Das heißt, fünf Mistriose-Geister-Videos, die euch den Atem oder die dir den Atem rauben werden. Das heißt, hier gehen wir jetzt dann rauf, zack, und können den Titel jetzt hier einmal einfügen. Und jetzt werden wir folgendes machen. Und zwar werden wir jetzt hier nochmal folgendes einfügen. Und zwar hier natürlich nochmal 18+, damit es wirklich auch maximal interessant wirkt. Und jetzt können wir hier folgendes machen. Und zwar hier haben wir jetzt die Videobeschreibung und jetzt kommt ein extrem genialer Trick ins Spiel. Und zwar, wir können jetzt hier folgendes machen. Klicke hier, um das Video vor allen anderen zu sehen. Doppelpunkt. Und jetzt fügen wir hier eben dann unseren Website-Link ein. So, das heißt, diesen Link hier fügen wir da jetzt ein. Der ist aber natürlich ein bisschen lang. Deswegen werden wir den einmal kopieren und dann hier bei der Plattform bit.ly.com einmal einfügen. Das heißt, hier können wir jetzt den Link einmal einfügen. Zack. Und jetzt können wir den hier einfach shorten bzw. kürzen. So, und jetzt haben wir hier auch schon den komplett kurzen Link, der eben perfekt da reinpasst. Das heißt, hier klicken wir auf Copy und haben dann den Link hier einmal kopiert. Wir können auch nochmal auf Nummer sicher gehen und den Link hier einfach manuell nochmal kopieren. Und den fügen wir jetzt hier einfach dann dementsprechend ein in die Videobeschreibung. So, fügen wir das Ganze hier einmal ein. Und jetzt haben wir hier auch schon perfekt unseren Link eben eingefügt. Und jetzt wird es wirklich im nächsten Schritt sehr, sehr interessant. Und zwar, wir gehen jetzt hier einmal nach unten. Und hier können wir jetzt ein Thumbnail hochladen bzw. eben ein Vorschaubild erstellen. Und das wird eben genau das Bild sein, das wir eben erstellt haben. Und zwar dieses hier. Dieses Bild werden wir dann verwenden. Und deswegen hatte ich da eben auch nochmal das 18-Plus-Symbol eingefügt, damit wir hier eben wirklich ganz klar nochmal den Fokus darauf haben, dass es wirklich ein richtig spannendes Video, das sogar erst ab 18 Jahren ist. Und hier können wir jetzt eben das Ganze nochmal downloaden. So, und damit unser Stream jetzt auch gefunden werden kann, werden wir jetzt Folgendes eingeben. Und zwar hier werden wir jetzt nochmal die Kategorie auswählen. Natürlich Menschen und Blogs bzw. hier dann eben die Kategorie, die wir eben haben wollen. In diesem Fall natürlich dann Unterhaltung. Und ihr könnt das natürlich auch in allen anderen Bereichen machen. Das Thema Geister-Videos ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Wichtig wäre natürlich nur, dass ihr hier dann eben das Ganze mit Creative Common macht. Und hier können wir jetzt Folgendes machen. Und zwar hier auswählen, ob das speziell für Kinder ist. Also zu 100% ist das hier natürlich nicht speziell für Kinder, vor allem wenn es bei 18-Plus ist. Natürlich, um das nochmal zu verdeutlichen, dieses 18-Plus dient jetzt nur der Aufmerksamkeit. Das heißt, es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass man hier wirklich ein Video für 18-Plus, eine 18-Plus-Ziegruppe hat, sondern eben um Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist ja gang und gäbe hier auf YouTube oder generell auch in der Medienlandschaft. Und hier fügen wir jetzt einfach hier die ganzen Infos ein. Das ist ja natürlich keine bezahlte Werbung, weil wir natürlich jetzt nicht dafür bezahlt worden sind von der Firma etc. Und jetzt können wir hier nochmal die Tags einfügen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und zwar dazu gehen wir dann hier einmal auf Google und fügen hier einfach mal YouTube Tag Generator ein. Und jetzt können wir hier schon mal zum Beispiel auf diese Seite gehen, YouTube Tag Generator. Und hier können wir jetzt einfach mal sowas wie Geister, nicht Guide, sondern Geister eingeben. und hier einmal auf Suchen klicken. Und jetzt haben wir hier schon eben die perfekten Tags. Das heißt Geister, echte Geister, Geistervideos und so weiter. Und hier können wir das einfach kopieren, zack, und jetzt hier eben einfach ganz unten bei uns bei den Tags einfügen. Das heißt, hier haben wir dann die ganzen Tags und die können wir dann hier einmal einfügen. Und schon haben wir hier zahlreiche Tags, die eben zum Thema Geister sind und können das Ganze dann hier einfügen. Das heißt, Leute, die jetzt zum Beispiel auf YouTube sowas wie Geister eingeben oder echte Geister oder Geistervideos, denen wird dann eben unser Livestream vorgeschlagen. Wichtig natürlich, hier wurde beim Tag Generator noch das Thema 2022 eben eingefügt. Das sollte man dann eben löschen und das Ganze dann zum Beispiel mit 2024, 2023, 2025 und so weiter. Je nachdem, welches Jahr gerade ist, eben ergänzen. Und was wir dann machen können, das zeige ich euch jetzt. So, hier können wir jetzt nochmal den Aufnahmeort wählen. Hier natürlich, ja, können wir jetzt zum Beispiel nochmal sowas wie Deutschland eingeben oder eben Berlin und so weiter und so fort. Je nachdem, was ihr dann eben da haben wollt. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar hier natürlich nochmal Folgendes machen. Hier zum Beispiel entweder alle Kommentare zulassen oder was ihr dann eben haben wollt. Dann geht es hier weiter. Und zwar Monetarisierung ist jetzt erstmal nicht relevant. Also wenn ihr sowieso schon einen monetarisierten Channel habt, dann ja, aber wird am Anfang natürlich nicht zugreifend sein. Aber ist auch erstmal gar nicht relevant. Dann können wir hier auf Anpassen klicken. Und hier können wir jetzt zum Beispiel den Live-Chat einwählen. Hier ist es ganz wichtig, hier beim Teilnehmer-Modi dann auf Alle klicken. Hier Nachrichtenverzögerung ist jetzt gar nicht mehr unbedingt so relevant. Und hier können wir jetzt auf die Sichtbarkeit klicken. Und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant. Und zwar hier. Das können wir jetzt hier einmal ausstellen. Nein, ist jetzt erstmal für uns nicht relevant. Ist natürlich interessant, wenn man das schon hat. Aber die meisten werden das eh nicht haben. Und jetzt können wir hier auf Folgendes klicken. Und zwar hier wird es jetzt wichtig. Und zwar hier werden wir das Ganze jetzt planen. Beispielsweise werden wir das Ganze dann einstellen in einer Woche. Zum Beispiel hier, wenn wir jetzt heute den 18 haben. Dann zum Beispiel am 25. Und ich wiederhole es jetzt nochmal. Das wird jetzt hier nur dazu dienen, dass man dann eben einen Livestream hat, der dann eben demnächst starten soll. Der dann eben auch öffentlich auf YouTube angezeigt wird. Man kann das Ganze dann beispielsweise immer wieder ein oder zwei oder drei Tage nach hinten verschieben. Oder eben eine Woche, dass es dann immer passt. Dass der Livestream halt durchgehend angezeigt wird. Das machen auch einige riesengroße Channels die ganze Zeit mit dieser Strategie. Und ja, dann können wir dann hier eben dann auf Fertig klicken. Und wie es dann aussieht, zeige ich euch dann. So, und jetzt wird es wirklich wichtig. Deswegen müsst ihr jetzt genau aufpassen. Hier genau die Uhrzeit checken. Und auch natürlich das Datum, dass es jetzt mindestens in einer oder erst in zwei Wochen ist. Und jetzt eben auf Fertig klicken. Und jetzt wird es wirklich sehr, sehr entscheidend. Das heißt, das Ganze lädt jetzt kurz. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, hier sieht das Ganze jetzt wieder sehr, sehr kompliziert aus. Aber hier müsst ihr jetzt erstmal gar nichts klicken. Sondern ihr geht jetzt hier einfach oben einmal auf Zurück. Beziehungsweise auf Verwalten. Und jetzt können wir hier nochmal Folgendes machen. Und zwar hier sehen wir jetzt das Ganze zum Beispiel fünf mysteriöse Geistervideos. So, und hier können wir jetzt einmal das Ganze auswählen. Und hier haben wir jetzt drei Punkte, drei Optionen, beziehungsweise die Optionen hier. Und jetzt können wir hier den Link zum Teilen abrufen. Und hier können wir uns diesen Link einmal angucken. Und dann sehen wir auch schon, wie das dann auf YouTube aussehen wird. Das heißt, hier fügen wir jetzt das Ganze dann einmal ein. Einfach bei Google eingeben. Und dann sehen wir auch schon, wie das Ganze dann aussehen wird. Hier fünf mysteriöse Geistervideos hier, die den Atemraum werden und so weiter und so fort. Und hier haben wir dann schon das Ganze. Und jetzt können wir hier eben raufklicken. Klicke hier, um das Video vor allen anderen Leuten zu sehen. Und hier wird uns dann eben die Google-Seite angezeigt, die wir dann eben zusammen erstellt haben. Und das Ganze können wir dann wirklich ganz, ganz einfach somit eben über YouTube verbreiten. Dass jedes Mal, wenn Leute hier raufgehen, sie dann eben unser Video sehen. Und vorher einmal das ganze Thema Get Capture, beziehungsweise diese Capture-Bestätigung ausfüllen. Und dann verdienen wir eben jedes Mal Geld. Das heißt, unser Livestream wird dann eben allen Leuten angezeigt, die auf YouTube nach dem Thema Geistervideos etc. suchen. Und dann können sie dann eben darüber auf unsere Seite hier kommen, über den Livestream. Und können dann hier raufklicken. Und dann verdienen wir jedes Mal Geld. Das ist jetzt eine Option, um eben damit Geld zu verdienen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gib auf jeden Fall einen Daumen hoch. Jetzt gibt es nochmal eine weitere Option. Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video Geld verdienen mit Musik hören. Da hatten wir ja auch sowas ähnliches mit den Links. Und dort hatten wir dann eben zum Beispiel eine Telegram-Gruppe. Und wie wir es da gemacht haben, da haben wir dann auch solche Links erstellt oder solche Seiten hier. Und das könnt ihr im Prinzip auch so machen. Und dann eben bei Telegram reinposten. Und dann kann man eben gegenseitig hier dann immer auf die Links klicken. Und dann eben das Ganze bestätigen. Und dann würde im Prinzip jeder Geld verdienen. Was bei der anderen Methode eben problematisch war. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Und zwar, jeder erstellt jetzt hier seine Website und postet dann diese Website in eine Telegram-Gruppe. Und dann, wenn es zum Beispiel 10 Leute dort sind in der Gruppe. Oder 100 Leute. Oder wir haben teilweise auch Gruppen mit 4000 Leuten. Dann klickt dann eben jeder hier einmal auf den Link. Und dann bekommt man dann eben hier 100, 200 oder vielleicht sogar 4000 Klicks. Und verdient dann jedes Mal für jeden einzelnen Klick Geld. Das Problem ist eben, dass beim letzten Mal jeder einzelne eben seine Links oder seine Seiten brav reingepostet hat. Aber natürlich nicht geklickt hat. Und dann funktioniert es eben leider nicht. Das heißt, es muss wirklich hier dann jeder. Es müssen eben alle zusammen an einem Strang ziehen, damit das Ganze dann funktioniert mit der Telegram-Strategie. Das heißt, ihr könnt eben als weitere Option nicht nur dieses YouTube-Thema mit den Livestreams machen, sondern auch die Telegram-Strategie. Wenn wir das Ganze nochmal probieren wollen, dann funktioniert es wie gesagt nur, wenn wir alle zusammenhalten. Deswegen, ich poste nochmal meinen Telegram-Link zu den Gruppen in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann eben gratis beitreten. Und dann können wir uns damit auch gegenseitig unterstützen. Aber ich sage es direkt, es funktioniert nur, wenn ihr auch nicht nur eure Links reinpostet, sondern auch auf die Links der anderen klickt. Damit wir uns eben gegenseitig alle unterstützen können. Ja, und wenn dir das Video bis hierhin schon gefallen hat, dann wird das, was jetzt kommt, dich garantiert umhauen. Und zwar, wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst, auf teamleon.de kommst du zu dieser Seite. Hier haben wir nochmal über 20 verschiedene Wege zum Online-Geldverdienen, die wir auf YouTube gar nicht zeigen. Hier zeigen wir ganz genau, wie man es schaffen kann, ohne Vorkenntnisse am Handy und vor allem 100%ig anonym Online-Geld zu verdienen. Hier bekommt ihr nochmal über 90 HD-Videos in Top-Qualität, wirklich insgesamt über 12 Stunden lang, diese ganzen Videos. Und hier bekommt ihr nochmal genaue Strategien zum Online-Geldverdienen, die wir eben auf YouTube gar nicht zeigen. Das heißt, wenn euch diese YouTube-Videos schon gefallen, dann wird euch das hier umhauen, weil hier erklären wir nochmal alles viel, viel ausführlicher. Und wenn ihr hiermit starten wollt, klickt ihr einfach auf für 0 Euro starten. Dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Hier seht ihr dann alles, was in dem kompletten Kurs enthalten ist. Also ein Riesenkurs mit über 90 Videos. Und hier haben wir auch natürlich das ganze Thema Gewerbe, Steuern, Finanzamt abgedeckt. Dann die ganzen Wege zum Online-Geldverdienen und natürlich noch weitere Überraschungen, die wir noch gar nicht angekündigt haben. Und aktuell können wir das Ganze eben, beziehungsweise aktuell könnt ihr das Ganze schon für 0 Euro eben testen. Mit einer kostenlosen Testphase. Das heißt, seid auf jeden Fall schnell. Geht auf teamlehrm.de und sichert euch das Ganze. Das ist eben der finanzielle Freiheit. Meisterkurs. Ganz wichtig, wenn ihr eben dabei sein wollt, gebt hier eure E-Mail-Adresse auf teamlehrm.de ein, weil das Ganze wird per E-Mail zugeschickt und schaut auf jeden Fall auch im Spam-Ordner nach, falls das Ganze aus Versehen dort landet. Ja, und hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schickt das gerne auch weiter an eure Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, bis dahin, bleibt gesund und tschüss.